Oh oh, ich hab was entdeckt. Ganz viel. Oh, da hinten sind unsere Kollegen da. Ja, und jeder oben hat die Waffe, die ich möchte. Wir leisten von hier oben Unterstützung, wenn es Brennficher ist. Ich glaub, es sind ein paar Granaden vielleicht. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Halten sie LT gedrückt und drücken sie auf eine Kinozone, um diesen zu markieren. Achso. Okay. Kann ich das auch machen? Ich muss mich mal was testen. Den ersten haben wir schon mal so ausschalten. Ich hab das Fass mal aufgemacht. Du hast den Fass aufgemacht? Ja. Oh Gott, ist das schon überlaut. Ey, du kannst doch nicht in Deckung gehen, wo ich bin. Nichts sehr sozial. Und ohne Kopf lässt sich schlecht schießen. Flash. Oh, komm, ohne mehr. Verdammt. Äh, Bistole. Äh, Bistole. Oh, was ist das? Ja, was ist denn los? Boomshot. Nehmen wir. Ohohohohohohohoho. ich nenne die waffe platz sie ich hab mein deckung gehnung so gut wie tot das war ja echt mies und jetzt die kanade in alle tod sind einfach nur mal um zu testen so lassen wir mal kurz fahren ich brauche ein bisschen moniker oh nein ok oh shit nicht nachladen nicht nachladen ich bin tot warte mal ich gehe ich mal zu dir wenn du denn weg machst ich komme die runde ok taktisch bin ich unglück ich bin tot ich bin tot wie zielfähig geschlagen und von neuen laden das hast du gut gemacht echt jetzt ja oh god naja gut es geht ja noch aber bevor du jetzt durch kannst du die moni noch mitnehmen so passt habe ich jetzt auch nicht die alten waffen ja ja ist ja gut da war vor allem links vorne mit dem helmen ja ich konnte nicht wegschießen weil ich in dem moment nachladen musste das war recht doof ach so warte aber kann ich auch selber rein markieren ok wir eröffnen das spiel na wo kommt ihr denn alle her vor allem wenn 100 meter weiter da der kopf platzt hört sich so an als ob es neben mir passiert oh gott ich treff nix wo denn so wird gern die waffe noch mal tauschen wollen und tschüss so war erstmal muni ja sam oh nein das war die falsche ich will doch wieder meine lancer retro lancer ok mach du das dann muni ja da kommen noch welche hä oder ja da kommen doch nix da und der nächste ok das fleischkürze ich habe gerade eine waffe die bummacht wo spieler kanaden nehmen wir doch gleich mit muni ich bin da nicht hoch ja jetzt so wie du nachdem dann noch die körperteile abschießen kannst da stehst du doch drauf nein das ist nur eine feststellung zum testen warte geht das auch noch das war das spielprinzip du musst ich glaube ich mache um weiter zu kommen das 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 was macht ihr jetzt mit mir stopp 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 hallo ich drücke doch ich drücke doch hilfe was war ich denn der macht nix aber ich hab mal ob ich das zu dir kommen ich kapiere was ich machen soll muss ich drücken oh danke aber ich habe keine ahnung was ich machen muss jetzt bin ich auch gleich doch ich brauche erstmal deckung du müsstest mich wieder beleben sonst hast du gleich das level noch mal einfach mal e drücken danke jetzt geh mal in deckung hier meine güte ja entschuldigung hast du bock auf den schinken also ich muss zugeben mein skill blitzt gerade nicht wirklich auf oder mal ich glaube ich spiel auch mal irgendwie mit mit maus und controller mal probier das mal so wie du ihn da jetzt aufheben mit e bildergenau ist da irgendwas besonderes was gibt es denn da für tasten hier gerade drin links also was ist so wichtig mit maus und controller also du weißt dass ich bei mir alles immer umstellen ach weißt du was maus das links maus das rechts wird schon reichen das denke ich auch ja ich habe mir schon gefunden ich glaube da hinten da ging es doch recht so durch oder da ich habe doch schon ja guck doch wir haben dann war diese uralte trick durch den spalt und jagt jemand anderes rein das öffnet ok ok so weit ich weiß jetzt muss ich jetzt wissen was auch immer fehlt wurde aus dem netzwerk genommen wer ist denn dazu autorisiert damals nur der kommandant der einrichtung sucht sein büro und seht euch um dann suchen wir mal das büro was ist nirgends money was ist das ich habe ein sammlerstück gefunden ich schicke ihn da was ist das hier alte röntgenaufnahmen wie hüpft man achso gar nicht aber da oben ist doch was hä wie dave ist nicht fertig was machst denn du gerade ich schicke dann müssen durch die gegend glaube ich was machst du willst du gerade machen ich suche gerade irgendwas ok und ich weiß doch auch nicht ich bin überfordert mit dem spiel wir gehen jetzt mal hoch oder genau da drin habe ich doch was ach so das ist ein das sind granaten da kannst du ja da guck mal da kannst du es holen lassen komm her zu mir ja das habe ich doch soll ich schon probiert kommt doch mal her zu mir der winkel nicht gepasst weil jetzt krieg es angezeigt wenn du herstellst wo ich bin und dann mit der rechten maus dass du anvisierst und dann e drückst dann holt er dir das hör doch einfach mal zu mach was ich sag ich werde dir mal gleich meckern was machst du dass es mir gibt schmeißt es einfach auf den boden das ist ja schon mal als ein hund sei froh dass ich die überhaupt holt darf ich einen hund haben bitte kommst du mit deiner katze schon nicht klar ach komm die holt wenigstens die mäus stoff mäus was soll ich denn da schon wieder kette sehe ich ich hab da ich hab da einen raum entdeckt muni 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 was ist das granatsche jede menge granatsche auch voll oh jede menge waschen das klingt so nach was na dann suchen wir das büro ich glaube ich sehe es schon ne harpune durch den körper na jetzt kann ich wieder sterben wir haben den kontrollpunkt erreicht ach scheiße was hat der denn ich weiß wie du ich nicht ruf was war denn das jetzt war mit dem sound wie ducke ich mich verdammt leertaste leertaste was sind wir hier andere tournament oder was warum verschießen wir so das ist ein ist ein taktik deckungs shooter wir müssen die da hinten mal ausschalten ja ich bin ja schon dabei da granaten hinzuwerfen aua wenn die treffen du das war echt aua was ist mit der generale geht die ganze hoch doch der ist nur recht resistent so hab ihn was ist gut gemacht ja manchmal habe ich auch helle momente nicht häufig aber immerhin was ist killer alter 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 ich bin wieder zu hause ich habe was gefunden wo bist du denn ich habe auch was gefunden ich habe meine kettling wieder ich habe was welche ja wollen wir doch mal testen wie gut diese kettling jetzt ist ach ne moment das ist die dinge die er hatte geil ok die hat nur irgendwie überhaupt keine munition ich habe noch vier von den 3 shot ach so das ist die von dir was ist hier drin ja warte mal lass uns erstmal hier hochgucken oder wenn ich die mundi einsammeln mundi ist immer gut die wollen es machen ne das hier ist dicht was ist denn da da gab was eingeblendet ach so hast du jetzt die waffe fallen lassen ja ups ach so die droppt meine andere waffe ja gar nicht ach so das ist so eine art bonuswaffe wahrscheinlich hä wo ist meine kettling hin die hast du da beim dings verloren da rechts wo wir drüber gerinnen sind da lag sie nämlich die 3 shot hä da ist noch einer klatsch musik wird leister ach so wenn ich waffe wechsel dann lasse ich die fallen oder was ja das ist mir nämlich auch gerade passiert ah ok ja rin da wie so zwei omas die aufm klo müssen ja schnell kann er nicht rennen das ist wohl wahr ja gibt es hinten irgendwas aber im geheimversteck doch noch doch noch so was denn da ach ja das lässt mich komplett zurücklaufen huch ich hab was gefunden das hab ich gefunden ach so das hast du gefunden ja ja gut dann hast du das gefunden hast du gut gemacht na danke na danke so und jetzt so hm hm ähm links durch die tür denke ich mal oder da war ich schon geht es da nicht weiter ja ich glaub der hätte kann das sein dass wir den da irgendwie durchschicken müssen da da oben glaube ich da muss ich da hoch rücken na was mich gerade nützen geht mit der waffe nicht und geht grundsätzlich nicht kann ich nicht da hoch steigen ernsthaft da oben ist ja du kannst ihn da hoch schicken ja genau das geht aber mit der großen waffe nicht schon ja ich hab doch die große waffe auch noch ausgerüstet ja du bist zugekommen ja und da öffnet sich die tür hammer der morgen würde schön ah ok oh was haben wir denn hier zählen sie mit Mars 2 und damit der was öffnet ja ich kann es gar nicht anlösen wo war das? hier? direkt? da wo die waffe jetzt ist moment jetzt hab ich die 3 shot jetzt mach das ich hör jetzt schon die gegner ja deswegen nehm ich die große Waffe mal mit aber sowas von hm wir kommen oh mal mit so'n Lador ich komm hier endlich mal welche mit Skill hm hm wenn große Waffen Skill ist ne was was ist denn das? ah HUM SHOT PATRON juhu was? ich bin wieder ich bin wieder mit 4 Schuss mit meiner großen HUME ausgerüstet die sind hier drin ach so das drin ach so das drin ich weiß ja auch dass die falsche Richtung ist aber wenn die Türen auf sich reingucken hä bist du da so'n da? nein 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 ich bin auch hinter dir ich hab immer noch die Hoffnung dass da irgendwas ist oh shit oh shit hey was schützen soll ich doch einmal nicht ja ich wollte hier eigentlich den hier machen wow wie fällt denn der aus? ach so der kommt zu uns ich hab so elegant daneben geschossen und da weg ist er so machen wir noch die Reste weg rechts hinter der Säule hab ich ihn jetzt alles klar der Kontrollraum ist sicher schön dass ihr auch mal vorbeikommt es ist ein Dropshot Boomshot hast du da das war doch die die der von uns hattest du oder? jaaa Muni wär cool äh wär schön dann ist das wieder voll ähm ok drücken wir nochmal drauf es gehört ganz dir Zentrale ihr seid drin beginnt mit der Startsequenz erste Stufe unter Druck Start eingeleitet Taylor Taylor äh Delta wir haben ein Problem die Luke des Silos sie knimmt natürlich schien doch alles zu einfach Pair Optionen raus da die Schutztüren halten keiner explodierenden Raketestand alles klar dann raus los nein wir öffnen diese Luke was kleiner hör auf deinen alten Herren ihr müsst dann raus wir sind hier um das durchzuziehen also ziehen wir es durch einen Test eingeleitet der hat schon Abfluss mit seinem Leben ne? das ist unser Held der ist groß blond stark und was bist du denn als Schoko-Boy so der Sidekick oder so oder? ja ich bin dein Sidekick der dir jedes Mal den Arsch rettet ach das ist gut ich fühl mich ziemlich hilflos in dem Spiel muss ich nämlich ganz ehrlich sagen dafür dass ich die Heldenrolle spielen soll viel Glück damit öffnen wir diese Luke das ist das ist so das ist